Heute möchte ich gerne mit euch Playmobil auspacken. Ich wollte mit euch jetzt den großen Porsche Vergleich starten. Auf der linken Seite seht ihr den blauen Porsche, es ist ein 911 Targa 4S. Und dabei ist ein Verkaufsraum und spezielle Lichteffekte sind bei dem Auto. Das gucken wir uns dann nachher mal genauer an. Und auf der rechten Seite seht ihr den roten Porsche 911 Carrera S. Und da ist eine Werkstatt mit bei und den Wagen kann man wohl umbauen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir bauen die beiden jetzt auf und dann zeige ich euch die, wenn die fertig sind. Bis gleich. So, wir starten mit dem 911 Targa 4S. So, hier seht ihr das ganze Set nun fertig aufgebaut. Der Porsche ist wirklich schön, Targa 4S. Davor seht ihr das Verkaufsschild und ja, einen Interessenten für den Porsche mit der Pflanze davor. Und im Hintergrund seht ihr den Verkaufsraum mit einem Fernseher soll das sein und einem Riesenplakat. Und im Vordergrund dann der Verkäufer mit seinem Tresen und seinem Laptop. Und im Vordergrund halt noch ganz vorne schwarz der Sessel für die Kunden. Richtig schön. Ich finde es super. Und jetzt gucken wir uns zum Vergleich mal den roten Porsche an. So, hier habt ihr den Karton. Und im Gegensatz zu dem blauen Porsche habe ich euch vorhin am Anfang schon erklärt. Hier ist jetzt die Werkstatt mit dabei. Und wir legen los. Ich baue ihn auf. So, da ist das Set komplett. Vorne der Porsche auf linken Seite. Das ist der Besitzer des Autos. Im Hintergrund halt die Ersatzteile von dem Auto. Rechts der Mechaniker mit seinem Werkzeug. Und jetzt zeige ich euch mal das Besondere an dem Auto. So, jetzt habt ihr ihn im großen Bild. Und jetzt kann man den Wagen noch ein bisschen auftunen. So sieht er, ja, sag mal von der Seite aus. Und so schräg von hinten. So, und hier seht ihr die Verwandlung. Ich habe dem Wagen die roten Felgen drauf gemacht. Habe ihm eine andere Frontschürze verpasst. Ein bisschen sportlicher. Und hinten noch diesen sportlichen Spoiler. Den Flügel hinten drauf. So gefällt er mir gleich viel besser. 911 Carrera S von Porsche. Superschön. So, hier seht ihr beide nochmal nebeneinander. Links der rote Carrera S. Und rechts der Targa 4S. So, ich habe jetzt hier für euch nochmal beide Playmobil Porsche Sets aufgebaut. Und zwar in die alte Bäckerei eigentlich. Dieses Gebäude gehört zu der Playmobil Bäckerei. Aber da habe ich den Verkaufsraum reingemacht. Auf der rechten Seite die Werkstatt mit den beiden Fahrzeugen davor. Also, ich finde es lohnt sich. Ich freue mich, dass wir uns diese beiden Autos gekauft haben. War eine gute Entscheidung. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches der beiden Fahrzeuge ihr besser findet. Den roten oder den blauen? Also, ich finde auf jeden Fall den roten besser. Und zwar ist der rote, der Carrera S. Der gefällt mir besser. Aber an sich sind beide schön. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns in einem neuen Video. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar Fotos. Mit dem Porsche für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.